Game Over! Das ist Modus Eroberung, ich muss immer hier klarkommen, weil ich habe eine Woche lang nicht gespielt, also ich muss mich erst mal wieder reinfinden hier. Oh Gott, Alter! Ich wird schon kommen. Ah, ich muss hier mal die Karte mitnehmen. Ja, ha, 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 ha! Ah, kacke, Mann! Ah, hat er Glück gehabt, hat er Glück gehabt, aber okay. Äh, wie viele Tickets sind denn hier eigentlich? Weiß ich gar nicht. Äh, äh, Ticket? Ticket? Oh Gott! Nee, never, Alter! Ey, was ist los? Ist er raus? Nee. Ah, schau da eigentlich. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Was hält denn der bitte aus, Alter? Oh Gott, Alter, mal ohne Scheiß, Alter. Wo geht's denn hier lang? Wo geht's denn hier lang? Oh Gott! Oh Gott, die stellen mir hier alle, wie die fliegen. Wow! Da war ja noch einer! Den hab ich ja mal gar nicht gesehen gerade, ich hab mich nur auf den da hinten konzentriert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott! Oh Gott! Farmers? Na! Ah, gut, dann... Äh, wo ist denn meine Base? Meine Base ist da unten. Also, spawn ich hier. Lauf dann... Ne, Waffe ist weg, schade eigentlich. Okay, der Dicke mal zu ihr. Ne, gewollt. Oh! Ich komme! Oh, mit ner Magnum, Alter, ohne Scheiß, Mann. Okay, ja, muss ich hin, muss ich hinnehmen. Oh, die Spawnzeit, Alter, diese Killcam-Zeit ist einfach zu lange. Ich hab auch keine Ahnung, wie, 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 wie... Äh, 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 hier, da will ich hin. Hier wird übernommen. Ach, die Ball! Wow! Ja! Ganz klarer Fall. Da kommt er noch zu mir. Oh, von der Seite, ach du Kacke, Alter. Dass die immer von außen kommen. Ja! Ganz klarer Fall. Auf jeden Fall. Finde ich schon mal nice. So, naja, wo starten wir? Warte mal, hier einfach mal, wa? So, reanimiert. Äh, äh, äh! Ja, keine Ahnung, ich war gerade mega verwirrt. Ich wusste nicht von wo ich anfangen sollte und so. Keine Ahnung. Aber okay, aber okay, aber okay. Äh, ich starte... Ne, ich starte bei ihm, weil ich will C übernehmen. Weil ich will C haben. Ne, das ist D. Okay, dann ist das D halt. Okay. Granatwerfer, FB. M320FB. Was ist denn das bitte? Hier kommt das Medikind, Kumpel. Ey, Omega, komm mal zurück. Lass erstmal hier ein bisschen... Lass mal übernehmen. Erstmal kurz. Ich weiß, er kann mich nicht hören. Dann müsste ich irgendwie in den Zeit... Oh! Äh, der kommt mir nicht mit C4, oder? Ich weiß hundertprozentig, dass sie um ne Ecke warten. Wo ist er denn? Wo sind sie denn? Wo verstecken sich die Schweine? Oh! Naja, scheiße, zu spät, ihr sehn. Kacke! Scheiße! 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 Aber immerhin, keine Shotgun hier vonnöten. Das ist doch schon mal geil. Finde ich das schon mal mega nice, dass hier keine Shotgun erlaubt ist. Ne, so macht das Spiel mehr Spaß, wenn hier keine Shotgun geused wird. Was? Oh! Gegner eliminiert! Okay! Ist sie noch ein wenig? Ne! Was? Keine Hilfe! Oh! 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 Also, ich bin jetzt mal da drauf! Also, ich bin jetzt eigentlich gerade Ressourcen, relativ! Ja, down Wow, wow, wow Nein Ja, da ist er noch, pass auf Pass auf, da, klein ab Klein ab Ey, diese scheiß Farmers, alter Ist die echt so krass? Ist die Farmers wirklich so hardcore? Oh wow Ich weiß gar nicht, wo lang Wo lang? Nein, hier geht's nicht lang, scheiße Dann geh ich ihm hier oben lang Hier, das Medi-Kind Ist nicht dein Ernst, alter Das ist nicht dein Ernst, okay, die Farmers probier ich jetzt mal auch aus Das reicht mir jetzt Ich meine, ich hab ihn mit der AKU-12 Drei Mal in den Kopf geschossen Was anderes konnte ich ja nicht treffen Also, irgendwas ist da mega verkehrt Habe ich die Farmers überhaupt? Weiß ich gar nicht, Sturmgewehre Farmers Äh, hat die irgendwelche Sekundär-Zugteile Offene Vision PKS-Holo, nimm mal Zubehör keine Verlauf keiner Äh, so, komm, hier gedeckt Mach mal gedeckt, wa So Uhuhu, was ist denn hier los, alter? Oh Alter, diese Farmers, die scheint ja über Pornos zu sein gerade Also, irgendwie Weg nicht Jetzt kann ich auch langsam verstehen, warum sie alle damit spielen wollen Okay, da waren mehrere Hits gerade jetzt, aber Oh, what the heck? Hier ist dein Medikit, man Äh, was? Dein Ernst? Äh, ja Okay Ich denke, auf dem Server sind keine DMR erlaubt Also, irgendwas ist da gerade Fettfoul Na, so schlecht sieht eigentlich an dir aus, der Tolo-Visier Oder dieses PKS Ah, guck mal, da drüben ist er Das ist nicht dein Ernst, alter Ah, das war ein Fail von dir Ah, das war ein Fail von dir Ja, genau, alter Er kommt mit einer Granate, was ist hier mit ihm nicht richtig Ich denke, keine Granaten Das stand doch in den Zauberregeln Äh, also, irgendwas ist hier mega faul gerade What the heck, alter, scheiße Falsche Tassen von mir Ja, definitiv, alter Ich hasse es nicht Also, irgendwas ist hier mega faul Irgendwas ist hier gerade mega verkehrt Aber, okay Na, passiert Na, meine Fresse Oh Gott, alter Die fassiert ja mal überfett Ja, mein Fass ist hier mega faul Wow Ja, Tiberium Der kann mich ja auch durch den Rauch sehen, weil der auch Sinn macht Ne, aber, ähm Irgendwas ist hier gerade verkehrt Was ist denn Ach, ich hab Rauch Achso Auch Blendgranate hab ich noch gar nicht Oh Gott Okay Und ich dachte, ich blende die die ganze Zeit Was mach ich denn hier Ja HWS, alter MG, Spaß denn Also Andere Taktik Ne, ich geh mal hier hin Ne, ich geh hier hin Weil C wird gerade übernommen Und ich will wissen Von wem Ja Warum legen die immer mich um Vor allem von wo schießt er bitte Also Ne Ne, 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 ne Ne, ne So C gehört Oh, C gehört langsam Ne Nicht mehr uns Also Ist nicht sein Ernst, alter Wie geht denn sowas, man Ich brauche eine andere Waffe, ey Mit der Pharmaß komme ich ja mal überhaupt nicht klar Äh, ui Ja, er sieht mich instant Wie geht denn sowas, alter Ich hab nicht mal geschossen Wie kann er mich denn da so sehen ACWR nimmt er Okay, dann nehme ich das O-Bit ACWR ist ne gute Waffe Und vor allen Dingen in der Karabiner-Version Aber ich nehm lieber die hier Mag ich mehr Hab ich ja nicht Oh, was freischaltet Laser-Visor, okay Hab ich nicht Ergonomischer Griff Nimm mal Oh Gott, was ist denn hier los, alter Hol dir das Medi-Kit Wir haben Einsatzziel Bravo neutralisiert Na Na, wo seid ihr Na, wo seid ihr Ja, das kann nicht wahr sein, alter Ey Reviven Hervorragend So Ja, mal heilen hier Scheiß mal, warte auf das andere Ja, lass mal heilen So, ich geh Ich geh oben lang Hallo Warum geht das nicht auf? Was ist das für Trick? Danke Achso, ASU Achso Ah, haben wir schon Ja, dann Ja, alles klar Bestätige Mal gucken, ob es dafür Punkt gibt, wenn ich Befehle befolge Mammul gucken, mal gucken, mal gucken Ja, ihr rennt da alle über die Ich geh lieber hier lang Sonst mach ich wenigstens keinen Krach So viel weiß ich auch schon über die Map Aber ich geh mal unten lang Mal gucken, ob hier was los ist Oh Gott, ich werd hier von überall beschossen Ich weiß nicht mehr von wo Oh Gott Ey, von wo schießt denn er bitte? Er schießt Nee Nee, kann er ja nicht Geht ja nicht Na man, lass mich das machen hier Da hat man ein großes Fresse und die kriegen Kugeln ohne Ende in die Fresse Äh, the fuck Was war denn das jetzt? Er stand doch die ganze Zeit noch da, oder nicht? Wie kann er mich denn umlegen, alter? Was ist denn das für ein Hack? Irgendwas ist hier mega voll gerade Ja, okay, dann machen wir das jetzt so Warum eine Brandgranate? Ja, definitiv, alter Das gibt's doch nicht, alter Das kann nicht gehen Na gut, wenn die mit Granaten kommen Also, dann Ist mit, ja, dann komm ich jetzt auch mit Granaten Also, davon hab ich die Schnauze voll Jetzt hier, komm Äh, ja Dann hier Ist nicht wahr Was der an Kugeln frisst, ja Das muss man sich mal reinziehen Ja, ist klar, alter Ja, ist klar, alter Man, diese Boxfotzen Fickt euch doch alle, alter Ja, 13, 18 So muss es aussehen, alter Das ist ein Stat Wie, sieh doch mal an, alter Ist doch nicht normal Wow Ey, wofür Warum sind da welche? Oh Gott Wie ich auf diesem Scheiß überhaupt nicht klarkomme, gerade Ja, nehmt so Die gehört nicht uns Warum gehört eh uns nicht? Wie jetzt? Oh Gott Wo geh ich denn hier lang? Ist nicht dein Ernst Guckt euch das an, alter Wie geht denn sowas? Mal ohne Scheiß Wie kriegen die sowas hin? Was mache ich falsch? Ich war schon im Feuer Er kriegt die Kugeln ab Also, irgendwas läuft da mega falsch gerade Jetzt halt ich mir drauf Kobra Lauf Standardlauf Mindungsbremse No-Go-Nomischer Griff ULG-Schiene Ja, okay Also, irgendwas hab ich Irgendwut ist da Mega faul Gott, alter Ey, 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 ey Hä? Ja, ja Hier ist dein Medikind Oh, ich hab mich so von uns bekommen Ui Wie kommt denn sowas, alter? Ja, komm um die Ecke, los, komm Ich weiß, dass du gleich um die Ecke kommst Komm schon Ja, ne, wenn da drei Leute stehen Und mir die Munition ausgeht, also Ne, 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 heute nicht Heute ist überhaupt nicht mein Tag Also, irgendwie, ne Aber, ich will mal, mal hier mit zum LMG rumrennen Mal gucken, was das so bringt Mal gucken, was das so bringt Ob das irgendwie Was das übelste Gewehr ist Oh Gott Oh, da sind welche Alter, warum lade ich denn nach, alter? Einfach raufhalten Mir scheißegal, alter Einfach raufhalten Mal umlegen, wird man sowieso schon So, ich mach mal mal anders wie sie rein Guck, ob das besser geht Von da kommen sie alle, alter Ja, und schon wieder, alter Was mach ich falsch? Kann mir das mal einer verraten? Irgendwie, weiß ich nicht Nicht mein Tag Was sagt denn Omega? Oh Gott Sieht auch nicht viel besser aus Also, irgendwie ist ne Scheißrunde gerade Ja Ja, gespawnt und direkt instant tot Und nur ne Killhilfe Ey, man kann mir auch mal ein Kill lassen, oder? Meint ihr nicht? Ja, bitte Komm um die Ecke hier Aha Na los, komm Komm schon, ich warte auf dich Na, 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 Freundchen Oh, ein Hit Äh, ich brauch mal Medi-Kit Ja, fuck Sorry Was? Warum sagt NNNF bitte sorry? War das denn net von Trick? Nimm mir den Kugel! Ja, was sollen wir denn bitte machen, alter? Äh, und wieder von der Seite, alter, ich krieg die Fresse nicht zu Wieder von der Seite Ich glaub das nicht Ich weiß, ungefähr Ungefähr die Ungefähr die mega verkehrt gerade Was ist denn das da? Die hängen alle Ich häng Geh mal hier lieber ran Ich geh mal hier lieber hier Wo? Oh, 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 oh Sag mir jetzt nicht, dass die hier von hinten wieder alle kommen, alter Äh, ich häng fest Ja, nee Also Ich mach definitiv was falsch Was mach ich falsch? Ist mein Aiming so schlecht? Weiß ich nicht Ich hab das da irgendwie eine spezielle Was weiß ich Keine Ahnung Gut, ich geh mal hier lang, wa? Dann geh ich direkt hier lang Oh Gott, alter Danke, danke für das Medikit Sehr schön So muss es sein Oh, ich brauch dringend diese Munitionskiste Dann komm ich die dann mal bitte, ja? Boah, diese Fotzengranaten, alter Ja, genau Ja, genau Ja, genau Ja, genau Ich meine, ich mach's noch selbst mit welcher Also soll er aufhören rum zu flammen Mal ohne Witz Ist da jemand in meine Claymore gerannt? Was, was, ich mach's denn, alter Was, ich mach's denn, alter Okay, ja Ah, danke. Ja, sind da noch welche? Kommt vor aus eurem Loch. Oh Gott. Die haben ja ausgeräuchert gerade. Omega, warte, ich komme. Warum rufen wir nach dem Medikit? Bist doch ein Medic. Oh Gott, Alter. Ja, erwischt. Oh Gott. Ja, genau, immer schön zurückdringen. Ja, definitiv, Alter. Also, die darf gar nicht gehen eigentlich. Oh, es wurde auch mal Zeit. Ich habe schon jemand damit gerechnet. Oh, das ist mir zu heiß. Ich gehe da nicht lang, Alter. Ich bleibe lieber hier. Na, kommst du? Da ist er da. Und schon wieder Kopfschüsse ohne Ende. Und die gehen einfach nicht drauf. Und das mit einem LMG. Also, irgendwas ist da. Ja. Ey, also. Also, wenn ihr die Serverregeln sehen könntet. Oh, mein Gott. Ja. Da würdet ihr mega fett Augen machen. Was macht... Was macht er denn hier? Äh, was? Oh, hier sind sie gestorben, alle. Ich wollte schon sagen, Alter. Wieder mit einem LMG. Und der hat so über viel aus. Oh. Boah. Okay, E wird übernommen. Sehr schön. Dann gehe ich erstmal hier lang und... Halt mal Rückendeckung frei, ja? Ja, definitiv von der Seite. Warum lade ich eigentlich nach? Ich hab... 46 Schüsse im Magazin. Warum lade ich nach? Achtung. Ich hab ein Fein mit dem LMG. Wow. Geh mal weg. Geh mal weg. Nein. Nicht nachladen. Lass es nicht nachladen. Das klingt runter zu. Vorsicht. Ja. Wo kommt denn er jetzt bitte her? Und was ist eine SR2? SR2. WTF? Warum wollen die nicht... Ey, Wotband? Wofür? Au. Au. Das gibt's nicht, Alter. Äh, ja. Ja, definitiv. Also, keine Ahnung, was der will. Äh. Was mach ich denn hier? Äh, nope. Welches? Ja, Mann. Ist okay. Alles klar. Halt doch die Fresse. Geh mir doch mal nach auf den Sack. Oh Gott. Kommen mir gleich drei Leute entgegen. Dieser Hurenbock, Alter. Dieser scheiß Sniperfot. Oh, oh. Hier, deine Munition. Hol sie dir. Äh, 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 äh. Nun hört doch mal auf mit den Granaten rumzurotzen. Das ist verboten. Read the rules. Autos. Oh, den hab ich gar nicht gesehen. Oh, ich war halt gerade total mega abgelenkt. Danke. Boah, ist nicht dein Ernst, Alter. AK-12 scheiß Cup. Ah, scheinbar sind wir durchgebrochen. Äh, 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 was? Ich bleib mir jetzt hier stehen. Wenn man eine Claymore hinlegen. Jetzt hat er nicht das Licht ausgemacht, oder? Oh Gott. Äh. Ach, da drüben sind alle. Oh, ich bin gerade ein bisschen ruhig, merke ich gerade. Aber irgendwie, ist mir scheißegal. Ja, down. Wow, 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 wow. Immer cool Blame. Immer sachte bleiben. Immer ruhig mit den Jungsfernen hier. Alles hat seinen Sinn und Zweck. Achso, der ist halt von mir. Hä? Was, 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 was? Äh, warum verliehen wir denn das schon wieder C? Alter. Naja, 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 das hat er mich. Okay, hat er sich verdient. Kann ich nicht machen. Hat er Glück gehabt. Dieser Alf. So, C wollen sie haben. Halb. Was denn hier ist los, Alter? Wie kommt... Hä? Nope. Ah, ich weiß, wo er ist. Äh, 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 es sind zwei, ja. Es sind zwei von denen. Diese scheiß Camper, Alter. Fickt euch doch, ihr Fotzenboxen. Boxenhoops, Alter, echt. Was hab ich denn nicht für eine Waffe freigeschaltet gerade? Versorgung. Äh. Es schroht gar nicht so ein... FB? Was? HKU? Äh, nö. Ach komm, ich spiele jetzt weiter mit der ATW, ja. Weil die hat mir eigentlich bis jetzt relativ gute Dienste erwiesen. Worauf ich mich... nicht beklaren kann. Nee, find ich cool, die Waffe. Also irgendwie hat die was. Oh! Ja, definitiv. Steino. Come, revive mich, du bist sonst. Danke. Hab ich... Ich hab jetzt nicht... Doch, hab ich. Nee. Hab ich nicht, oder? Doch, ich hab die ATW, ja. Ist klar, Alter. Er sieht mich instant, Alter. Wie geht denn sowas? Guck mal, wie er da rumläuft, Alter. Er sieht mich direkt instant. Hallo? Oh Gott! Leicht direkt weiter hier? Na, wo sind sie denn? Die spaßten Kinder. Oh, ich seh mit dieser Visierung nichts einfach. Ich kann nicht mal was botten. Wir haben Einsatzziel Alpha neutralisiert. Ja. Na, kommst du um die Ecke. Spaß. Äh, WTF? Was hat... Äh? Wofür bekomm ich denn das bitte? Einen Hitmarker? Ja. Das ist nicht sein Ernst, Alter. Mit einer Magnum? Ey, nun kommt doch mal klar, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Äh, irgendwie... Was ist denn jetzt los, Alter? Achso, er ist rübergezwitscht. Äh, scheiße. Ja. Definitiv. Jetzt bin ich hier im Nutenteam, oder was? Ja, jetzt bin ich... Warum switche ich die letzten 5 Minuten in dieses Scheißteam, Alter? Es... Mal ohne Witz. Dann mach mal zu. Oh Gott. Warum man immer erst in den Kopf schießen muss. Ja, was ist denn mit unseren Leuten eigentlich hier los? Ja. Äh, WTF, Alter? Oh! Hahaha! Mann! Leck mich doch fett, Alter. Ah! Ja, komm. Ihr revivet sowieso nicht. Ey, ich wurde echt nochmal rübergezwitscht. Das kann nicht wahr sein, Alter. Das ist da sowas von mau gerade. Denn das ist low gerade gewesen. Warum switchen die mich rüber? Aus welchem Grund? Also irgendwie komme ich da nicht ganz so hinter. Das schreckt mich doch nicht so. Spass. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Ah, Richtung D. Immer in der roten Ecke lang. Oh Gott, Alter. Ja, er sieht mich instant und kann... Äh? Was ist das für ein Scheiß-Game? Meine Fresse, ey. Fickt euch doch alle, Alter. Mal ohne Witz. Ja, jetzt bohne ich wieder hier. Ganz klarer Fall. Und ich habe das miese, dumpfe Gefühl, dass ich mich direkt in die Fresse kriege. Wer will denn hier was? Wer will denn hier was? Was ist denn hier unten los eigentlich? Ja, ist klar, Alter. Wie geht denn sowas? Ja, nee, nee, Alter. Also entweder hacken die oder das Spiel ist gerade so mega scheiße gerade. Ja, definitiv. Du hast ein geiler Revive. Du bist so ein Pro. Ja, definitiv. Hau bloß ab, du lesben Kind, Alter. Ja, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Krieg, krieg nicht. Nee, krieg nicht in meinen Kopf rein. Will und kann ich nicht in meinen Kopf rein kriegen. Ja. Oh Gott, Alter. Schlechtes Aiming. Kann doch... Ja. Ja, was ist denn? Mann! Der deptet doch ja nicht. Wie machen die da bloß? Boah, ist nicht dein Ernst, Alter. Ja. Ist klar, Alter. Ich bin hinter dem Scheißteil. Wie kann er mich dann da treffen, bitte? Okay, schau ab. Ja, definitiv, Alter. Ey, fickt euch doch mal alle, ihr scheiß Aimbotter. Ich komme um eine Ecke und die fangen direkt an zu schießen. Wie geht denn sowas? Der kann doch nicht am Internet oder an dem Netzwerkglättungsfaktor liegen. Nee. Warum wurde ich überhaupt drüber geswitcht? Fickt euch doch mal, Alter. Ja, klar. Ach nee. Scheiße! Ey! Ich habe ihn dreimal in den Kopf geschossen! Fotzenkinder, echt? Fickt euch alle, Alter. Drei Kopftreffer, er fällt natürlich nicht um. Wie machen die so eine Scheiße? Was brauche ich denn hier für eine Waffe, damit es mal funktioniert? Gott, ey. Was ist denn hier los? A.I.K. Ja. Ja, von mir aus. Ja. Ja, Alter. Haltet bloß keine Flaggen, Alter. Mann, ihr seid so scheiße dumm. Was habe ich denn hier für ein Scheiß-Team? Das ist nicht euer Ernst, Alter. Boah, das ist nicht dein Ernst, Alter. Fickt euch alle, Alter. Wie können die mich sehen? Ich schieße nicht mal. Ich bin nicht auf der Karte angezeigt. Wie geht denn sowas? Ja, 38 zu 38, Alter. Was ein geiler Step. Ich hasse diese Map gerade mega barbarisch. Das ist unnormal, wie ich die gerade hasse. Ja, ey. Fickt euch, Alter. Hier sind so ein paar Poren-Söhne. Mann, kann ich die Killcam nicht irgendwie ein bisschen verlangsamen oder was weiß ich? Das geht mir einfach nur mega auf den Zeiger, dass sie so lange andauert. Mann, Mann, was soll denn der Scheiß? Ja, ist klar, Alter. Ist klar, Alter. Ich komme auf dieses Spiel gerade überhaupt nicht klar, ey. Ey, ich schwöre, ich werde das gleich deinstallieren. Da, ich kriege so den übelsten Raster gerade. Das ist nicht normal. Ja. Wie kommen die immer zu E-Mann? Keiner ist... Ja, ich werde direkt von oben beschossen, Alter. Ja, camp doch noch mehr, Alter. Fotzencamper, Alter. Verpisst euch doch alle, Alter. Es ist zum Ficken, echt. Ja, definitiv, Alter. Was eine... Was eine Scheißrunde. Guckt euch das an. Und ich wurde rübergezwitscht in diese Scheißjapsen-Fotzen, Alter. Ja, haut da rein. Verpiss...